How to survive and thrive at the DrupalCon Ja, schaut es euch an Und das waren sogar wenig Leute heute Ah, es ist einfach geil Und das war wirklich weit Du kichst so Wir haben dabeigte Drupal Drupal Worte Wir haben die Drupal Worte Wir haben die Drupal Und das war wirklich Vielen Dank.